Hallo Leute, hier im Video 4 Locationen, wo ihr Hähne finden könnt. Das erste ist Armadillo. Diese Stelle ist wohl auch noch nicht jedem bekannt. Also nördlich in Armadillo gelegen ist dieser Hühnerstall. Und dort könnt ihr auch des Öfteren einen Hahn antreffen. Es gibt natürlich keine Garantie. Heute früh war ich schon in Emerald Station unterwegs und da war nicht ein einziges Tier. Kein Schaf, kein Hahn, kein Huhn, keine Rinder. Und ich möchte euch aber diese Stelle hier nicht vorenthalten bei Armadillo. Dort könnt ihr es versuchen, wenn ihr in der Nähe seid. Schnellreise ist sowieso in der Nähe. Also warum nicht? Das ist hier bei Rhodes. Und wie ihr seht, hier im Gehege zwei Hähne vorhanden. Einen hat sie schon gekehlt und den zweiten erwischt sie jetzt auch noch. Und wie das nun mal so ist, am Tage können durchaus Zeugen in der Nähe sein. Und dann ist man gleich wegen Tierquälerei dran. Deswegen möchte ich euch raten, euch etwas zu beeilen bei der ganzen Geschichte. Weil sonst werdet ihr noch abgeschossen oder müsst einen längeren Kampf vielleicht in Kauf nehmen. Hier die Karte, wo das in Rhodes ist. Beim Hehler natürlich. Wer sich auskennt, der weiß natürlich, wo das ist. Das ist hier bei Bright White Manor. Und dort kann es auch passieren, dass man einen Hahn dann trifft. Hühner und sogar Schweine habe ich hier in dem Gehege schon angetroffen. Und natürlich ploppt hier auch der Zeuge auf. Deswegen nochmal der kleine Hinweis. Ihr müsst euch halt beeilen, damit das Ganze nicht in Stress ausartet. Hier die Location Bright White Manor. Und die vierte Location hier im Video ist dann nochmal Emerald Station. Die Emerald Ranch. Auch Schnellreise hier in der Nähe. Und ich wünsche euch viel Glück beim Hähne und Hühner sammeln, jagen, abstechen, häuten, rupfen. Ciao. Und ich wünsche euch viel Glück beim Hähne.